Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's Debi, begrüßt euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge OMSI. Ja, wir sind heute immer noch mit dem Studiopolygon 400mmC Buspack unterwegs, den Doppeldecker, den britischen Doppeldecker, den es ja auch in der deutschen Variante gibt. Und dafür gab es auf dem OMSI Web auch schon ein BVG Repaint. Und so kommen wir jetzt noch der ganzen Tatsache, so ein bisschen wie dem VDL Doppeldecker hier in Berlin, noch schon ein bisschen nah. Ja, das Ding sieht zwar nicht hundertprozentig so identisch aus, aber ja, um an das Ganze einfach mal so ein bisschen zu nehmen, dachte ich mir so, komm, wir gucken uns das Ganze hier heute mal an. Wie gesagt, im klassischen Gelb BVG und ja, lasst uns mal überraschen, heute auf der KTX-10 sind wir heute auf der Linie M19 nach Grunewald unterwegs. Und natürlich habe ich mir auch schon die Kommentare von euch durchgelesen an der Stelle. Ein großes Dankeschön an Namelast, der uns hier so ein paar Tipps gegeben hat, ja, worauf wir immer so ein bisschen achten müssen und wie wir das Ganze mit dem Hannover IBIS-Gerät einstellen und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, mache ich das Ganze jetzt aber hier so ein bisschen im Video. Ich habe es gerade schon mal schon vorab getestet und es funktioniert auch, so wie sich das Ganze gehört. Deswegen, ja, werden wir mal jetzt hier kurz mal so ein bisschen rüber switchen so. Ja, sonst, wie gesagt, klassisch gelb halt. Das Repaint ist jetzt natürlich nicht das Beste, ist halt nur gelb und hier wurde halt so ein bisschen BVG halt rangeklatscht. Und so weit ist gut. Wir lieben Berlin und so weiter und so fort. Vom Innenraum her, ja klar, die klassischen Texturen, wie wir es hier sehen können mit den gelben Haltestangen und diesen schönen Sitzauflagen, die wir hier haben. Aber sonst, ja, sieht das Ganze doch schon recht brauchbar aus, ja, für einen, wie gesagt, Repaint, kostenlosen Repaint, was man hier einfach runterladen kann. So, hier, wie gesagt, unser Fahrplan. M19 nach Espernhof Grunewald. Wir fahren das Ganze in einer Zweitür, ja, in einer Double-Door-Ausstattung. Also, vorne haben wir auch noch eine Tür, vorne auch, so wie das ja hier in Berlin immer so ist. Hier oben, wie gesagt, haben wir das Ganze dementsprechend, was wir benötigen. In Kameras hier, ne, hier oben ist unser Hannover-Ibis-Gerät und, ja, also, wie funktioniert das Ganze? Ihr seht, er hat nämlich hier oben das Ganze schon drin, hat das Ganze hier soweit schon ein bisschen geschildert. Hier steht zwar jetzt nur S-Grunewald dran, aber ich glaube, er hat das Ganze erkannt, denn hier steht nämlich, ne, vom U-Bahnhof Wittenberg-Platz-Terminus, hat er das Ganze jetzt mit der Linie nicht so wirklich übernommen. Deswegen müsst ihr jetzt hier bei Route einfach eintippen, 19, glaube 1902 war das Ganze. Das musste mir das leider hier so ein bisschen aus der FIS hier rausnehmen. Das Problem ist, dass wir hier nur vier Zahlen eintippen können, ne, deswegen haut das Ganze mit dem 01902 nicht hin. Deswegen hier die 1902 rein, bestätigen das Ganze und bei Destination den Zielcode eintippen, das ist hier 042, also 042, das Ganze bestätigen und dann steht hier auch drin, S-Bahnhof Grunewald. Ich glaube, das ist immer noch nicht so hundertprozentig richtig. Ich glaube, da würde wahrscheinlich auch nochmal irgendwo drinstehen, wie das Ganze denn halt richtig aussieht. Dass hier vorne auch das M19 drin ist, aber es ist hier halt schon sehr, sehr eigen auf jeden Fall, das Ganze Ding hier zu bedienen. Ja, sonst, alles soweit hier oben drinne, so wie es halt sein muss. 13 Minuten haben wir jetzt noch, bis wir abfahren. Schade ist hier, dass der Mod oder sowas hier das Ganze nicht übernommen wurde, weil hier steht immer noch, ja, die britischen Pfund hier. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, ne, hier müsste, wir haben hier Eurotaler drinne und, ne, also wisst ihr, was ich meine. Das haut nicht so ganz hin, dann wünsche ich mir auf jeden Fall nochmal, dass das Ganze dann dementsprechend nachgepatcht wird, halt das Ganze. Ja, aber soweit, so gut, lassen wir uns mal überraschen. Was uns hier erwartet heute mit dem Studienpolygonbus. Und bin mal gespannt, wie das Ganze hier auf jeden Fall weitergeht, mit der Reihe zumindest. So, Motor ist auf jeden Fall an, das hört sich schon mal gut an. So, dann. Jetzt sind wir aber schon mal vor. Also, Leute, laufen wir zumindest schon mal hin, das ist schon mal ganz gut. Morgen. Morgen muss ich steigen, 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 ja, steigen, nicht steigen, sondern steigen, steigen schon mal ein. Ja, manchmal ein paar Sprachfehler drüber, aber kann nur besser werden, kann nur besser werden. So, ich werde mal ganz kurz mal die Uhrzeit einfach mal ein bisschen vorschrauben auf zwölf. Ja, ich bin tatsächlich überrascht, jetzt in den letzten Livestream habt ihr so viel nach britischen Karten gefahren, was ist los? Habt ihr in Deutschland übersatt gesehen, ja, und wollt ihr jetzt in mehr Briten Karten sehen? Wie gesagt, also, sobald ich was habe, dann zeige ich euch das ganz gerne, habe ich kein Problem mit. Ja, ist natürlich immer so eine Geschmackssache, ne, ist jetzt nicht gerade einfach damit zu fahren, so. Aber, wie gesagt, also, wenn ich Karten habe, dann zeige ich sie euch natürlich. Gut. Oh, jetzt, ja, ist wieder Berlin. Und schaltet er nicht weiter, das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Normalerweise müsste er nämlich weiter schalten. Das würde es aber erkannt haben, oder? Nein, er hat es nämlich nicht erkannt. Und nachdem sind wir nämlich noch Wittenbergplatz am Terminus. Das heißt, müssen wir ganz kurz mal versuchen, den Fahrplan hier zu reaktivieren hier. Hoffen, dass das Ganze funktioniert. 8.15 Uhr, erster halt, ist jetzt am Europa-Center. Und stelle das Ganze mal hier ein. So, hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Nächster halt, Europa-Center. Aber es war ja falsch. Müssten wir jetzt, äh, nächsten halt, ähm... Kuh-Fürsten-Damm machen. So. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Achso. So, da sind die Türen offen. Kein Wunder, warum der muss sich losfährt. Vom U-Land-Straße? Was macht er denn jetzt? Jetzt schaltet der U-Land-Straße. Oh. Das darf ja nicht wahr sein. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Ja, natürlich auch nicht die Originalkasse, ne? Also, selbstverständlich. Da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter modden. Aber ich finde, der kommt dem, ähm, VDL schon sehr nah. Ich glaube, ihr habt auch in die Kommentare mal geschrieben, dass, äh, das Ganze schon wirklich, äh, irgendwie das Gleiche ist, halbwegs. Aber bloß, äh, glaube ich, dass die britische Version sich ADL irgendwie nennt. Und ich, das Problem ist, das ist zu weit in die Thematik rein. Kenne ich mich persönlich überhaupt nicht mehr aus. Also, wie gesagt, ich kann halt unterscheiden zwischen Mercedes und, äh, Solaris oder sowas, ja. Aber wenn es dann hier so in die einzelnen Mechaniken geht, dann bin ich raus, ja. Also, das ist dann... Das sind nicht meine, ne? Das ist dann... Oh. Oh, jetzt hat er umgeschaltet, genau. Ja, da kann er ansagen dabei. Das ist natürlich schade. Ja, da kann er ansagen. Leider, die ansagen nicht dabei, irgendwie. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, du bist ein Held, weißt du? Wie im wahren Leben, wie im wahren Leben, ja wirklich. Wie im wahren Leben, ja wirklich. Oh, jetzt wird er mir rein, oder? Hat er jetzt abgebremst? Nee, oder? Warte, ich hoffe, ich kann ihn nicht. Hallo? 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 Ich bin wahren, ich bin wahren. Ich bin wahren, ich bin wahren. Oh, komm, die nehmen wir jetzt mit, tut mir leid, aber ganz ehrlich, haltet sich davor jetzt auch nochmal an. Da hätten sie sowieso nicht mehr geschafft, ohne da eine Zwangsbremse machen zu müssen, also eine Notbremse. Hallo. Morgen. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Nein, weil wir gleich Feierabend haben, da war jetzt nicht mal die Heizung an. Hallo, wollen wir da hin? Wir haben ja jetzt zu viel Luxus. Wir sind mal arschig. Wir müssen ein bisschen reinschauen, aber dann zertrippst du ja hier drüber. So weggedeckelt. Wir brauchen noch ein Bild, leider. So, M19 hier rüber. Obwohl, nee, kommt doch noch eine Hältestelle, oder? Ja, meine ich doch. Wow. Ein Kind wollte raus. Das ist gerade rot geworden. Glück gehabt. Glück im Unglück. M19er Herbertstraße. CU-H Musik Musik alle raus wundervoll die letzte mann 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 aber eh haltestelle von daher passt das ach ja da war irgendwie so ein poller im weg gewesen also ich werde mir noch mal ansetzen ich werde mir noch mal den kleinen enviro also nicht enviro den kleiner mal angucken und dann werde ich mal schauen ob ich da irgendwie den bvg-mod noch mal zu finden er wollte mich ja gerade überhaupt nicht fahren lassen das ist sehr höflich von ihm so damit haben wir unsere fahrt erreicht und wir sollen jetzt aber statt jetzt sofort die fahrt zu beenden guck mal hier tatsache da müssen wir hier noch den müll einsammeln da lassen die hier alle ihr schlamm pennen ihr müll hier überall liegen ja das ist ja unglaublich also muss ich ganz ehrlich sagen das finde ich nice dann ein großes dankeschön an namelast der uns nämlich diesen tipp normal zukommen lassen hat dass man sich das ganze mal angucken soll also ich muss ganz ehrlich sagen so nach der fahrt jetzt hier auch noch der deutschen variante muss ich ganz ehrlich sagen der dc ist top ja also wie gesagt wenn ihr jetzt nicht jetzt unbedingt jetzt immer nur mercedes oder sonst irgendwas fahren wird dann sollte das hier auf jeden fall mal so ein kleiner bus sein auf jeden fall wo ihr mal zumindest schon mal so reinlinsen könntet ja wenn ihr euch die folge jetzt nicht zugesagt hat oder sonst irgendwas aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen ich finde den gar nicht mal so verkehrt schade dass jetzt keine ansagen hatte mal gucken warum wieso weshalb dann muss ich mal gucken aber ich werde noch mal gucken was ich eine deutsche also noch mal eine berlin variante von dem studio lightpack finde und wenn wir da auch noch mal reingucken so groß und ganz muss ich ganz ehrlich sagen hat mir die fahrt jetzt wieder spaß gemacht also das ist ein bus der gefällt mir mehr kann ich dazu nicht sagen also das ist jetzt hier wie gesagt jetzt jeder muss das für sich selbst entscheiden keine frage aber ich muss ganz ehrlich sagen also ich mag ihn also ich mag ihn wirklich das hat mir spaß gemacht das war toll und ja wie gesagt auch das mit dem müll aufsammeln ja das ist natürlich auch wieder geil da haben sich ja was einfallen lassen ja bedanke ich mich auf jeden fall dass ihr dabei wart hoffe euch hat die folge gefallen wenn ja lasst gerne ein like da schreibt es in die kommentare und so würde ich sagen sehen wir uns also im nächsten video hier wieder wenn es weiter geht mit einer weiteren folge um sie und wahrscheinlich geht es dann schon wieder in richtung briten ja britenland so ja großbritannien denn da werden sich gerade scheinbar ganz viele strecken gewünscht mal gucken ob wir da die eine oder andere karte noch eventuell zeigen können ich verabschiede mich vielen bedanke ich sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten mal pound pro p y 0 10 00 Untertitelung des ZDF, 2020